Ich drücke mobil auf vertrauliche Dokumente. Aber sind diese sicher? Ja, die mobilen Geräte der Brother Pocket Jet Serie verfügen über aktuelle Verschlüsselungsstandards wie z.B. WPA2 PSK oder AES. Auch können Sie im Treiber einstellen, dass bereits gedruckte Dokumente automatisch aus dem Druckerspeicher gelöscht werden und so nicht einfach erneut ausgegeben werden können. Vielen Dank.